Hallo, da bin ich wieder. Weiter geht's. Und wir gucken uns an, was in diesem wundervollen... was das hier ist. Volto Ball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Dab-dab-dab-dab. Ha. Dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon? Hm. Name Lapras. Der König der Meere. Lapras, Transport. Das ist voll süß. Was mit dir? Hast du schon auf Pokémon Safari? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Markt. 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 Was ist das? Kabuto. Ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Das ist ein süßes Geräusch. Kabuto. Schaltier. Kangama? War das Kangama? Ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt. Kangama, Muttertier. Gibt's hier nur ein Weiblich? Was ist das hier für eine Krüppelstadt, ey? Okay, jetzt werden wir hier oben schon mal fertig. Das müssen wir jetzt nur nach unten. Dü, 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 dü. Oder hier lang? Nee, hier ist nicht richtig. Nee, hier runter. Und dann nach rechts und dann nach oben und dann weiter nach rechts. Das verwirrt mich hier alles. Ach. Ach ja, auch Trainers. Ja gut, würde ich sagen... Begeben wir uns... Oder machen wir die Arena? Was ist denn hier überhaupt das Thema? Hey, warte, du Champion ins Spiel. Die Arena von Fuchsania City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Ja, was sind denn hier für Pokémon-Mods? Ach, vielleicht steht das auch draußen auf dem Schild. Ah, bisherige Begestreiter Gary. Ach, bisherige Sieger. Nur Gary. Hä? Wie kann doch Gary der Sieger sein, wenn es den Top 4 gibt? Na gut. Der giftige Ninja-Meister. Okay, er hat also Pokémon nicht Gift können. So hört sich das an. Ninja? Ah, ich weiß es nicht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und machen da noch die ganzen Läutchen platt. Und dann schmeißen wir uns an die Arena. So. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Ja. Können wir mal machen, ne? Klasse denn. Ein Knuffenser. War da nicht Feuergut? Wir machen hier mal den Dave. Der kann es nämlich gebrauchen. Nice. Toll. Darf ich nicht angreifen? Dankeschön. Ja. Ein Megaplan. Nein. Aber warte mal, ich habe da noch hier Paralyse. Paraheiler. Dann haben wir das nämlich auch schon mal direkt weg. Hey, f- fick dich. Ganz ehrlich, f-uck dich. F-uck dich. F-uck dich. Wo ist es? Oh. Kannst du auf ein anderes? Boah. So, Brenn, du Wichser. Tangela, ein Wasser-Pogémon. Oder? Weiß ich nicht, ob das ein Wasser-Pogémon ist. Aber es sieht halt so nach Tentakeln aus. Und es hört sich auch so nach Tentakeln an. Wow. Bestes in Klammerung der Welt. Und es hört sich auch so nach Tentakeln an. Und es hört sich auch so nach Tentakeln an. Wer bist du? Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pogémon herbeirufen. Ja, dann hab ich Spaß damit. Du bist wahrscheinlich wieder ein Vogelfänger. Vogel... Wie heißt du? Doch, Vogelfänger. Viertück. Tau-Bog-Ga. Ja, doch. Kann man machen. Das war so klar, ne? Das war so klar, ne? Dankeschön. 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 Ein... Schon wieder ein Dodo. Ja, ein Dodo. Ach, Leute. Mann, das ist so mega ätzend. Äh, 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 äh. Ach. Ha. Ha. Hier ist nur ein Taubsi. Nö. Christoph, ey. Reiß dich mal zusammen. Danke. 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 Vielen Dank, Christoph. Oh, das ist tragisch. Meine Nase juckt. Ah. Next one. Bist du für einer... Hm? Meine Vögel durch... Äh, erschaudern. Erschaudern? Du musst wirklich sehr gut sein. Ja, dann... Solltest du nicht gegen mich kämpfen. Ich hol mir mal grad mein Malzbier. Obwohl, ne. Ich warte, bis... Ist hier was passiert? Oh, ein Dodri. Ein Dodri. Kein Diktri, ein Dodri. Äh, hier, Schlitze. So. Christoph ist tot. Ich mach mal mein Malzbier auf. Mein letztes. Ich wollte gestern Abend eigentlich noch so ein Bier trinken. Wo dann aber auch nichts draus. Lecker. Malzbier. Schönen hat genau 100 Energie. Das gefällt mir. Nice. Schönen ist die Beste. Alles weg. Alles weg, Pfeffern. So. Ich lag also richtig. Ja. Rote 15 in Westen. Fuchsania City. So, was ist mit dir? Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Ja. Äh. Ach. So ne... Ja. So wie du aussiehst und so wie du kookst, ist es auch kein Wunder. Ein Bisasamen. Das brennt gut. Aber leider ist Christoph tot. Süßstrahl. Äh, äh, äh. Na? Ach, komm. Oh, Gott. Ein Bisa Knosp. Nein, nicht wechseln. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ne? Äh. Boah. Ein Briebträger. Äh, äh, äh. Oh, ich hoffe, dass ihr das mit dem Flimmern nicht mitkriegt. Das sehe ich jetzt gerade erst so nach... Weiß ich nicht. Eine Stunde oder so. Äh, äh. Wir haben ja Donnerstag, ne? Ich bin so verpeilt. Nimm 36. Was ist die 96? Ich habe es mir aber nicht so vorgestellt. Mhm. So, äh. Äh, ich muss mal gerade die Shen... Ich habe doch noch Gegengifte oder sowas. Nicht? Dann halt nicht. Fluchtzeit könnte ich auch mal wegschmeißen. Aber wunderbar. Steht da? Äh. Das Ding ist voll. Jetzt kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Hast ein Karpador getauscht? Äh. Ein Duflor. Das ist ein Duflor, nicht das andere. Äh, äh. Hört sich nicht was? Äh. Ich kann nicht reden. War da nicht was, das... so Psycho-Attacken gut gegen Pflanzen sind, was überhaupt keinen Sinn macht irgendwie, weil ich es eigentlich genau andersrum gedacht habe, aber gut. Äh. Hach. Ich bin so doof. Fast. Oh. Wie ist denn das Shen so anfällig für? Ist mir nicht so gut. Wie ist denn das? Noch Mirapla. Oh, bitte. Bitte keine Säure. Ach, Mirapla ist verwirrt. Ach so. Er hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. ach so und hat sich selbst getötet nicht gut genug so ich glaube das war es jetzt also welche mit ihrem ob jetzt irgendwie hat ja noch die ganzen starken pokémon her mit deinen moneten wenn du verlierst gibst du mir dein geld lieber nicht ich hab zu viel für dich hat eine ganz schön große nase ist ein smogmon wisst ihr bescheid wieder mal löstchen macht dass mit ihren 16 kp Es guckt so traurig. Da ist das Shannon tot. Unvergiftet, ne. Was war denn Agilität? Das muss ich gleich mal austesten. Nein, das darf nicht wahr sein. Oh, da sind ja nochmal zwei. Hey Kleiner, lass uns kämpfen. Na gut. Ach, ich wollte Agilität ausprobieren. Oh. Na gut, sind ja auch nur Level 25, ne. Okay. Wenn Dennis noch mal irgendwas neues lernt, dann kann ich direkt Agilität ersetzen, das ist der letzte Ranz. Äh, Donnerblitz. Ja, der hätte auch im Rückzug kipp gereicht. Ja, ich wollte es auch mal machen. Yay, Level 36. Nö. Dennis macht es. Yay. Super. So, und nochmal. Ähh. Oh, ohneケ ballistic sieht alles anders aus wie die neuen Gerätehilfe. Nööööööööö. Ah, ging daneben, sehr schön, ein Auto, nö, das ist Slime, und wie heißt das andere, was aussieht wie ein Auto? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Okay, ja, du kannst ruhig blockieren. Da habe ich kein Problem mit. Warum habe ich verloren? Okay, wir machen hier wir speichern hier ab. Ah, mein Rücken. So, und dann hoffe ich, dass euch die heutigen Aufnahmen gefallen haben, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! 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 Tschüss!